Wuhu! Wir haben heute ein knackiges Thema und zwar Lebensversicherungen. Sollen wir die Lebensversicherung kündigen? Ja, die Branche steht, sagen wir es mal vorsichtig, nicht so ganz gut da. Das wollen wir uns heute anhand von Zahlen, Daten, Fakten einmal genauer anschauen, warum das das der Fall ist, wie sich das bereits jetzt äußert, wie die Entwicklung sein wird und dann auch am Schluss, ja, was sollte man jetzt genau tun? Also heute wieder ein spannendes Thema. Herzlich willkommen zur Faszination Freiheit. Klasse, dass du wieder mit dabei bist. Und erst mal, warum tun sich die Lebensversicherer denn so schwer? Ja, Hauptgrund und ja, weitere Gründe mit dazu. Erst mal der Hauptgrund, niedrige Zinsen. So, das ist Gift für das Geschäft der Lebensversicherungsbranche, denn wir sehen auch hier die Entwicklung vom Garantiezins, der immer weiter nach unten ging. Denn die Lebensversicherer tun sich sehr, sehr schwer, dass sie Renditen erwirtschaften. Das Problem ist jetzt, sie haben eben noch vor ein paar Jahrzehnten, haben sie immer noch reihenweise Verträge in ihren Reihen, der eine Versicherer mehr, der andere Versicherer weniger, wo sie Garantiezinsen erwirtschaften, die nicht realistisch sind. Die damals möglich waren, aber eben nicht mehr heute. Sie müssen sie aber gewährleisten und das bringt Versicherer in eine Bredouille. Was jetzt nochmal neu mit dazu gekommen ist, ja, das ist die Unsicherheit an den Unternehmensanleihenmärkten, vielleicht auch zukünftig bei den Staaten. Das heißt, die Papiere, die sie drin haben, die vielleicht gerade noch soeben diese Renditen erwirtschaften, sind vielleicht dann eben tot bzw. nicht mehr so sicher. Müssen teilweise abgeschrieben werden, vielleicht auch komplett bei dem einen oder anderen Unternehmen. Auch das ist ja eines der Gründe, warum das die Notenbanken dort draußen ja alles versuchen, irgendwie die Realwirtschaft und auch die großen Unternehmer im Leben zu erhalten, dann das auch kann hier einen Dominoeffekt bringen. Also nicht nur bei den Banken, auf die wir schon auch öfter eingehackt haben heute zur Abwechslung, mal wieder bei den Lebensversicherungen. Wobei es ja nicht um Einhacken geht, sondern es geht einfach um Aufklärung, was passiert dort draußen eigentlich wirklich. Ja, Unternehmenssektor sehr, sehr schwierig und die Corona-Krise macht sich natürlich ebenfalls bemerkbar. Ja, also, schauen wir uns mal an. Wir haben hier mehrere Anbieter vor dem Aus. Studie zeigt schlimme Lage bei Lebensversicherungen und da sind viele Lebensversicherer sehr, sehr angeschlagen. Versicherer mit Verlusterwartung. Du siehst hier die ganze Liste oder sind klanghafte Namen mit dabei. Um mal zu nennen, die Nürnberger Lebensversicherung, R&V, Süddeutsche, Universa, Signal Iduna, VPV. Die hier genannten Anbieter dürfen in 2020 Verluste einfahren. Und Versicherer mit geringer Zahlungsfähigkeit. Das heißt, naja, die sind mehr oder weniger kurz vor der Pleite der Insolvenz. Concordia, DBK, Ergo, um mal ein paar Namen zu nennen, von den ganzen, da sind einige richtige Kaliber dabei. Huck Coburg. Eine neue Leben, das ist ein Maklerversicherer. Das heißt, von unabhängigen Beratern empfohlen. Und hier, Versicherungsbote schreibt, die Zahlungsfähigkeit dieser Versicherer sei so gering, dass der Geschäftsbetrieb nur mit Übergangsmaßnahmen weiter erfolgen kann. Puh, das ist harter Tobak. Das ist nicht ganz ohne. Wenn du sagst, naja, gut, zum Glück habe ich keine Lebensversicherung. Ich habe in der betrieblichen Altersversorgung eine Pensionskasse abgeschlossen. Ja, dann geht es hier weiter. Ähnlich wie bei dem Lebensversicherern. Ist ja knapp ein Viertel aller Pensionskassen wird von der BaFin beaufsichtigt. Das ist nicht aus Jux und Tollerei, weil die BaFin nicht weiß, was sie tun soll, sondern weil es diesen Pensionskassen nicht sehr gut geht. Ja, der Chefaufseher von der BaFin, Frank Grund, sagt dazu, Pensionskassen sind durch die aktuelle Niedrigzinsphase besonders betroffen. Es muss jedem klar sein, dass das Geschäftsmodell in Gefahr ist. Ja, der Zettel weg. Ist auch sehr deprimierend. Wenn sich die Zinsen weiter auf diesem Niveau bewegen. Wir beobachten die Situation mit Sorge. Mit anderen Worten, es geht bei manchen Anbietern um die nackte Existenz. Das spüren auch bereits Versicherte, wenn also auf deinen Versicherungsscheiben steht, dass du beispielsweise 1000 Euro bekommst. Ja, dann kann es halt auch mal bedeuten, dass es dann irgendwann einfach deutlich weniger ist. Denn, das ist bereits der Fall bei einigen Pensionskassen, unter anderem der Caritas Pensionskasse, bei der Kölner Pensionskasse und der Pensionskasse der Steuerberater. Also wo man eigentlich so meinte, vom klangvollen Namen, Pensionskasse der Steuerberater, dass es so eine nicht unbedingt treffen würde. Also man merkt, von Namen hat das gar nichts zu tun. Wir haben auch schon gesehen, auch beispielsweise DBK hat man gerade auch mit dabei bei der Auflistung. Das sind schon große Brocken, wo man das vor einigen Jahren nicht geglaubt hätte, dass das passieren könnte. Ja, und das bedeutet dann beispielsweise, dass dann halt einfach mal ein paar hundert weniger ausgezahlt werden. Bei der Caritas liegen ein paar Schreiben von Versicherten vor und da fehlen halt vielleicht auf einmal ein paar hundert Euro, trotzdem im Schnitt zehn bis dreißig Prozent, auf einmal weniger. Und das heißt nicht, dass das ja in Zukunft dann irgendwie besser werden sollte, oder dass das Ende der Fahnenstange ist. Meine Prognose ganz eindeutig, die Niedrigzinsphase ist extrem schwierig. Dann auch, dass Unternehmen zukünftig pleite gehen können und dass die Krise eigentlich erst so richtig beginnt. Die ist ja noch gar nicht wirklich angekommen, indem man beispielsweise die Insolvenzen aktuell dort aussetzt. Inwieweit, dass eine Lebensversicherung generell sinnvoll ist, schauen wir uns hier mal an, Schatteninflation. Das heißt, die wahre Inflation, die wir hören, wir haben in den USA sehr, sehr gute Zahlen, hier auf shadowstats.com, kannst du die hier einmal anschauen. Wir sehen hier die niedrige Kurve, wo man offiziell so mitbekommt, Inflation so um die zwei Prozent. Das klingt nicht so dramatisch. Was ich aber anschaut, wenn die statistische Erhebungsmethode einfach mal nicht verändert wird, hat man auf einmal eine deutlich höhere Inflation. Und wenn ich bei meinen Vorträgen immer frage, na ja, wie ist denn bei dir eine gefüllte Inflation, bekomme ich genau diese Antwort, also 6, 7, 8 Prozent im Schnitt. Wenn man die Kaufkraft wirklich einmal sieht, was man damals vielleicht für 2000 DM pro Monat bekommen hat, was bekommt man heute noch dafür in Euro. Ja, und vom Bund der Versicherten, Hans-Dieter Mayer, der deswegen auch gesagt hat, Kapitallebensversicherung sind legaler Betrug und der musste dann vor Gericht gehen wegen dieser Aussage und er bekam Recht, dass er das wirklich so benennen darf. Also Kapitallebensversicherung, wenn wir uns da über alles unterhalten würden, dann wird wir wahrscheinlich morgen hier noch sitzen. Ja, ein interessantes Thema. Weiter, die Allianz hat keinen Bock mehr auf Garantien bei vorgebundenen Lebensversicherungen. Hat einfach damit zu tun, aufgrund dieser Niedrigzinsphase, wenn die beispielsweise dann nur, um die Garantien sicherstellen zu können, wenn nur 90 oder nur vielleicht 10 Prozent in Aktienfonds investieren können und 90 Prozent festverzinslich, weil die gehen ja nicht ihr eigenes Risiko ein. Das heißt, im Hintergrund legen die das ja sehr, sehr stark dann in festverzinslichen Wertpapieren an, damit sie die Garantie sicherstellen können. Ist ja verständlich, ist ja klar. Die Allianz möchte ja nicht die Haftung dafür übernehmen, sondern die machen das dann so. Dann legen sie das vermeintlich sicher an, wie sicher, dass festverzinsliche Wertpapiere sind. Das sei jetzt mal dahingestellt, auch nach Inflation und Währungsreform. Aber nichtsdestotrotz, ja, dann macht das eine Allianz dann eben so und dann stellen sie dann fest, naja, wenn wir halt noch 5 bis 10 Prozent Aktienquote jetzt als Beispiel haben, wird der Braten auch nicht so richtig fett und deswegen, dass sie dann jetzt Garantie oder Beitragsgarantien haben von 60 bis 90 Prozent und das Ganze so anbieten. Dann merkt man, dass sie einfach auf das aktuelle Umfeld dann reagieren, damit sie überhaupt noch die Möglichkeit haben, auch mit einer Beitragsgarantie, überhaupt noch festverzinslich investieren zu können. Das sind die Tendenzen, die wir aktuell sehen. Niedrigzinsumfeld, es wird eher sogar noch schlimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass die Notenbanken da sogar mit der Zeit noch weiter runtergehen werden. Je schlimmer die Krisen werden, die bauen sich ja weiterhin mehr und mehr auf. Das erfordert ja das Zinses-Zinssystem, wo die Zinsen exponentiell nach oben gehen. Wir sind ja in der Schlussphase des aktuellen Zinses-Zinssystems. Das wird ja noch sehr, sehr interessant sein in den nächsten Monaten, Jahren. Wir werden sehen, wie lange das was dauern wird. Was aber ganz klar ist, die Tendenz, dass das, was wir jetzt hier besprechen, dass das noch weitergehen wird, ist absolut hundertprozentig. Dann, was dir bewusst sein muss als Lebensversicherungskunde. Alle Arten von Zahlungen können zeitweilig verboten werden. Kannst du selber nachschauen. Gib einfach bei Google 1, § 314 VAG, Versicherungsaufsichtsgesetz. Da kannst du es jederzeit nachschauen. Das heißt, du kommst da nicht mehr ran. Das bedeutet, in den letzten Beißen die Hunde. Und dann hier in § 2, unter der Voraussetzung nach Absatz 1, Satz 1 kann die Aufsichtsbehörde, wenn nötig, die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versicherungen, den Vermögenstand, entsprechend herabsetzen. Was einfach bedeutet, was wir gerade schon gesehen haben, auch wenn du später in der Rente bist, auf einmal kriegst du deutlich weniger Rente. Oder ein Rückkaufswert ist auf einmal deutlich weniger, weil einfach dieses Geld nicht da war. Ganz einfaches Prinzip, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Und zwar, stell dir vor, es gibt einen großen Kuchen und es gibt wenig Menschen, die ein Stück Kuchen wollen. Alles wunderbar, geht dann noch gut auf, bleibt vielleicht auch noch gut was übrig. So, wenn jetzt aber dieser Kuchen auf einmal deutlich kleiner ist und sehr, sehr viele Menschen wollen diesen Kuchen, wie viel da kann dann verteilt werden? Ganz einfach, nicht sonderlich viel. Dann ist dieses Stück Kuchen vielleicht eben nicht so ein Riesenstück, wie es vor 10 oder vor 20 Jahren noch bei Lebensversicherung war, sondern das ist dann einfach nur noch so ein Mini-Stück. Ganz einfach. Es kann nur das Geld verteilt werden, was wirklich vorhanden ist. Ist nicht kompliziert. Denk immer dran, eine Lebensversicherung ist erst an sich selber keine Geldanlage, sondern die gehen auf die Kapitalmärkte und legen das ganze Geld weiter. Wenn die das nicht geschickt machen bzw. die Umstände, wo eine Lebensversicherung investieren darf, einfach nicht besonders rosig sind, dann ist einfach nicht viel zu holen. Dann ist nicht viel vom Kuchen zu verteilen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ja, und falls du glaubst, ja, meine Lebensversicherung war da nicht bei, bei mir ist das besser. Ich bekam ja noch das Schreiben, ja, dass ich so und so viel Prozent, vielleicht drei Prozent gut geschrieben bekommen habe, dann sei auch immer hier der Hinweis, da sind die Kosten noch nicht berücksichtigt. Und zwar die ganzen Glaspalastkosten, die ganzen Vertriebsstäbe und so weiter. Das muss gut bezahlt werden. Das heißt, da kannst du davon ausgehen, dass da noch einiges wegging. Das wissen viele nicht. Das heißt, was auf ihrem Versicherungsschreiben steht. Sie bekamen so und so viel Verzinsung beispielsweise. Das ist effektiv noch mal ein gutes Stück weniger. Das ist nicht nach den Kosten. Sei dir dessen also bewusst. Gut, gehen wir über in das Resümee. Ja, Inflation wird weiter Richtung Norden gehen. Zukünftig definitiv. Das heißt, es wird viel Geld hineingepumpt in die Märkte. Güterangebote tendenziell eher etwas schrumpfen, während es gleichzeitig schwieriger wird für die Wirtschaft. Das heißt, Best-Case-Szenario. Und wenn das auch noch einige Jahre so gut gehen wird, dann passiert Folgendes. Das heißt, wahre Inflation, deine Kaufkraft, auch wenn Lebensversicherung vielleicht noch etwas mehr wird, nichtsdestotrotz. Deswegen hast du einen Kaufkraftverlust. Das ist das Best-Case-Szenario. Meiner Überzeugung nach bei dem Thema Lebensversicherung, Worst-Case-Szenario, dass die Marktteilnehmer irgendwann verstehen, dass der Euro vielleicht nicht so sicher ist und dass er innen bereits mehr und mehr ausgehöhlt wird und dass es ihn dann zum Zeitpunkt X nicht mehr geben wird. Währungsreform. Dann gehen nicht zwangsläufig die Lebensversicherungen pleite, sondern die Lebensversicherungskunden, denn deren Geld ist dann nicht mehr so viel wert. Wobei, ich bin mir sicher, in dieser Bereinigungsphase wird es auch viele Lebensversicherer da draußen treffen. In diese Richtung wird es sicherlich gehen. Mal schauen, wie viel das wir dann zukünftig noch sehen werden, wenn jetzt bereits viele mit Übergangsmaßnahmen bestehen werden und es wird nicht einfacher werden. Wenn ich persönlich eine Lebensversicherung hätte, also wir sprechen auch übrigens immer von Kapitallebensversicherungen. Wir werden so mal separat auch über vorgebundene Lebensversicherungen und über deren Leichen im Keller unterhalten, da sind wir auch gerade zur Zeit am Recherchieren. Ja, also wenn ich eine hätte, ich persönlich würde diese kündigen. Aus, Punkt, Ende. Übrigens auch, wenn noch ein, zwei Jahre so eine Lebensversicherung laufen würde, bekomme ich häufig auch öfter als Frage, ich persönlich würde sie kündigen. Ich glaube, es gibt im Umfeld definitiv bessere und auch sichere Geldanlagen, als das bei Kapitallebensversicherungen der Fall ist. Das ist meine persönliche Meinung und wenn du uns anschaust, wir haben auch beispielsweise bei unserem Geldtraining Geldsicherheit live, du findest den Link unterhalb von dem Video, stellen wir dort auch drei Optionen vor, die meiner Ansicht nach da sehr, sehr interessant sind und eine sehr, sehr gute Alternative. Ich persönlich, wenn ich dort auch nur einen Cent hätte, ich würde es rausholen. Das ist meine persönliche Meinung, aufgrund dieser Sachen jetzt mal zusammengefasst, die wir uns heute jetzt angeschaut haben. Also, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Denk immer dran, du bist selber der Schöpfer deiner finanziellen Zukunft. Bleib da immer dran und ja, es sei vielleicht auch nochmal mit dazu gesagt, es ist ansonsten auch alles gut, es war alles gut, es ist gut und es wird auch zukünftig alles gut sein. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu Faszination Freiheit. Schalte da wieder ein auf YouTube bzw. trage dich auch per E-Mail ein. Bis nächste Woche. Namaste. Herzlich ist dein Thorsten Wittmann.